Die Crea Swiss AG wurde im Jahre 1997 gegründet und konzentriert sich ausschließlich auf den Betrieb und den weiteren Ausbau von suche.ch, das Schweizer Internetportal. Seit vielen Jahren kennt man uns auch durch die über 50 Werbeanhänger, welche tagtäglich auf Schweizer Straßen unterwegs sind. Rund 20 bis 25 Mitarbeitende in den Bereichen Verkauf, Controlling, Kundenadministration, Grafik und Entwicklung bringen zusammen mit ihren Inputs suche.ch tagtäglich weiter. Der Serverraum ist ein wichtiger Bestandteil und das eigentliche Herzstück von suche.ch. Als neueste Dienstleistung produzieren wir für unsere Kunden Firmenportraits in Form von Videofilmen, welche ohne weitere Zusatzkosten auf suche.ch publiziert werden können. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zuschauen Sie nicht zurück. Untertitelung des ZDF, 2020